Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen auf dem YouTube-Kanal von meinem Freund Bernd Klüber, der leider viel zu früh von uns gegangen ist, aber in seinen Liedern lehrt er weiter. Und auf diesem Kanal wird es jetzt und in Zukunft die schönsten Lieder, die schönsten Bilddokumente und die schönsten Aufnahmen von ihm geben, zu hören, zu sehen sein. Und das ist alles kostenlos, wenn ihr diesen Kanal abonniert, seid ihr Mitglied der Bernd Klüber Community. Und ich freue mich darauf, dass unser Team für euch in Zukunft die schönsten Lieder von ihm präsentieren wird. Viel Freude auf unserem neuen Kanal von Bernd Klüber.